Ja, es war ein sehr, sehr gutes Spiel für uns, zweimal sind wir leider in Rückstand geraten, aber das hat uns nichts ausgemacht, wir haben einfach unseren Plan verfolgt und ja, war ein sehr, sehr gutes Spiel für uns. Man hat gesehen, Wartens hat über 90 Minuten überhaupt keinen Zugriff gekriegt, wir haben wirklich vom Positionsspiel her sehr, sehr gut gespielt, genau was wir uns vorgenommen haben und ja, haben Chancen gekriegt und haben uns eigentlich da mit 3-2 verdient belohnt. Wir haben gesehen, dass wir im Ball bis jetzt sehr gut sein können, wir müssen einfach die einfachen Passfehler noch minimieren, dann denke ich, dass wir gegen jeden Gegner gute Chancen haben. Es ist jetzt natürlich umso schöner der Geburtstag, dass wir die Partie gedreht haben, obwohl wir sehr schnell in Rückstand geraten sind, aber ich denke, das zeigt auch von Moral und ja, der Sieg war sehr, sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal.